hallo zu unserem neuen fest mal so knochenproduktion da kannst du die falle jetzt noch mal aktivieren oder sind die einfach für ein art jetzt also die befreien sich das ist so viel kann ich mal sagen der eine hat die eine falle kaputt gemacht hat drauf gehauen und dann ist er nicht fallen echt ja was kann ich die dann ja einfach nur mit dem stick und dann geht es wieder okay auch die großen oder wie groß wird schaue ich gleich noch oder jetzt habe ich richtig schön die klose ist man von der höhle glaube ich man richtig viel ich habe 50 folge das macht überhaupt nichts sind die leichen jetzt scheiße achter es bringt schon wieder nicht aus doch sicher könnte ich habe schon bei mir ist so jetzt brennt es wieder ich bringe noch eine müsste du dich schon mal aus ist nur noch ein lächer dauer ist ja war schon alles so ein knochen brauche noch da liegt einer jetzt habe ich ihn genommen kannst du ja natürlich ausgerüstet als kommen ja gleich auf weiße knochen ich weiß gar nicht was du willst die farbe gefällt mir nicht also ich will die farbe ach jetzt ich will grün ich glaube ich brauche noch paar knochen ja geil pass auf ist jetzt voll mit rüstung dann ja gleich ich bin voll mit rüstung voll mit knochen rüstung glaube ich meine restlichen knochen habe ich mal in die schale da rein alles was hier noch so liegt hat sich irgendwas an mir verändert du bist du bist du noch da hinten was du mich verändert moment ich schaue ich aus kollege über das ist ja komplett halt einfach zwei schulterplatten oberschenkel ich habe dir da was reingeholt ich schaue mal schnell auf sich was bei den hasen getan und ich baue einfach mal weiter da hinten fallen ohne ende wir brauchen einfach diese verdammten haben fallen ohne ende war und es hilft einfach nichts irgendwo muss dann einer einer rein ok man braucht nur sticks um die wieder aufzufüllen die fallen ja so wie jeder falle wie die handy mailtrap und so ist es ganz cool wenigstens das ich brauche baumstämme und da hinten noch welche so da musst du um die fallen zu finden musst du in richtung höhle gehen ich weiß leider nicht an wo die ist hier da ist auch ein eingeboren hat es ist auch mal nicht schlecht ist hier was ist das jahr das ist das ist nichts etwas wo ist der hin da hinten ist er kommen die töten wir noch schnell magst du den vielleicht mitnehmen wenn du hier bist bin ich hier ach so ja dann nehme ich den mit nachdem ich hier geguckt habe ob ein baumstamm fehlt ernst aber da gehe ich schnell rein die falle ist nicht ausgelöst und die da hinten fragt mich ja wenn ich jetzt meine eigene falle rein lauf ob ich denn da auch rum baumel und du mich nur noch befreien kannst oder ob ich dann wäre interessant zu wissen ja da hast du recht wo also die fallen können auch irgendwie beschriftet sein oder so ah die ist auch leer schade nach es regnet wieder sehr gut kommen kratzen und pflanzen hier noch eine h durch das denn jetzt so muss immer so kann ich jetzt essen ich glaube das kann ich nicht essen doch die kann ich auch fressen sehr schön stoff dabei und sticks ist der stoff hin wieso kann ich jetzt die falle nicht fertig bauen meine fressen jetzt sitzt okay um den scheiß um die scheiß kaninchen falle sind gerade vier hasen einer ist gerade durchgelaufen und es ist nichts passiert ich werde mich voll aufregen was ist das für ein witz der ist einfach durchgelaufen wie so ein behinderter lauft endlich rein und es wird dunkel deswegen gehe ich nach hause hat die ist gerade zugegangen die falle das kann es doch nicht sein man da laufen haben die behinder an eines mann luch drin habe ich nicht gesehen ich habe wieder geöffnet ja gut luch gehen auch rein gut zu wissen ja die sind so schwarz von mir sowas dunkel und habe ich nicht gesehen dass eine krisse habe geöffneten das herausgerannt wie viel passt denn daran ich komme mal nach hause dann können wir aber jetzt schlafen gehen vielleicht ist es dann direkt passend für die zeit das wäre noch eine idee oder welche zeit man schützt ja aber jetzt ist die passende dunkelheit da könnte man vielleicht so dass der rhythmus vielleicht passt aber schnell speichern so und schlafen wunderbar und es regnet immer noch müssen die dinge eigentlich wieder voll sein nein natürlich nicht ein bein habe ich das will ich eigentlich nicht gut also die beiden fallen sind jetzt also was heißt beide alle drei fallen sind jetzt bereits immer schnell auf schildkrötenjagd warte mal ich würde zu nehmen wenn wir so ein nuklead maßen ob wir die auch verbrennen ja ob wir da auch knochen bekommen bekommen ich glaube dann kommen die nur essen glaube ich ja das kann sein ja ich guck mal schnell noch unsere falten weil da waren echt viele hasen das muss ich echt sagen aber leider sind die irgendwie da nie reingelaufen die ist noch offen schade die andere und namen sehen wo war die ich glaube die war irgendwo hier die ist auch noch offen das kann es doch nicht sein alter was war das für ein schrei so weit ist er nicht weg oder kommen richtig schön fließt aus was soll ich habe voll sticks wo ich direkt hier noch meinen hasen dinge und direkt hier einfach nochmal pflanzen weil ich einfach die schnauze voll habe deswegen brauche ich jetzt ganz viele rasen fallen irgendwo muss ja einer reinlaufen was sagt das rasen die erwischt man einfach so nicht es geht einfach nicht zum verrecken nicht hab mir wieder ver- alle wie viele tote bis hinten hier so also wenn die leute mir grad zugucken ne ich kümmere mich jetzt nur um hasen wir brauchen unbedingt die verdammten hasen weil durch diese hasen durch diesen hasen fällt können wir dann mehr sticks und mehr rocks sammeln da laufen zwei hasen hier laufen einfach so viele hasen aber du kriegst ja hier ist der schlamm sehr schön aber du kriegst einfach keine verdammten hasen das tut die also damit du es weißt hier sind zwei ne an der höhle ist da der ist zu die eine ist zugekommen ist da ein lizard drin dann einfach wieder eröffnen dann guck und dann hier sind zwei ne und wenn du hier runter gehst ans wasser da ist ja ein teich ne ja hier ist auch eine damit du weißt ne da hinten ist gerade einer gelaufen ja ich hab's gesehen dass du mir das auch weißt da ist auch noch einer und hier und jetzt hier oben rechts baue ich auch noch eine hin alles klar einfach nur damit wir hier laufen so viele hasen aber ich sehe ganze zeit hasen vorbeiflitzen aber nie in der falle es ist doch zum heulen sowas das weiß ich was du gemeint hast ich habe ich mir gerade irgendwie so eingeschmiert mit dem schlamm oder was ist es ja genau das habe ich auch gerade gemacht also war es jetzt zweimal da komisch dieser verdammte stein aber wir können ja dann vielleicht dann irgendwelche fackeln oder so hinstellen dass wir wissen wo die ungefähr sind die fallen ja ich kann es mir ungefähr merken ich brauche es ja nicht einfach willkürlich irgendwo hin ich versuche es ja immer so ein bisschen siehst du eine zwei stück in der nähe von der höhle eigentlich direkt dass man die von der höhle aus sehen könnte und wenn du ein bisschen weiter gehst ist da der fluss und da siehst du es auch direkt wenn du vom fluss ein bisschen hoch gehst hast du gleich die vierte durch die falle wo ich gerade die falle die ich gerade baue ne ist gerade ein hase durchgehofft ich will es nur mal so anmerken also wenn wir hier jetzt mal keine hasen fangen ah ich höre es schon wieder oh shit ich brauche vielleicht hilfe ich bin voll am arsch grad vier stück woher kommen die alle mann die fotzen sich was gegenseitig haha ok jetzt nicht mehr ich bräuchte echt hilfe wo bist du ich bin unterwegs ich höre schon schreien ich bin da ich geh mal in die offensive bleib halt da lauf doch nicht weg naja jetzt sind es alle weg oder wie ich fasse nicht ja kaum komm ich die falle ist zu wie denn nichts drin ist kann es doch nicht sein man wieso lösen die ganze Zeit aus wenn nichts drin ist was denn das für ein bullshit genau bei der unter der falle ist irgendwie so ein option naja vier sticks fehlen jetzt ja ich wohne grad vier und zwei sorry ich muss jetzt genug haben so die nächste falle ist echt hier haben wir uns fallen ach hier sind grad zwei leichen jetzt haben wir die gleich mitnehmen eine du ja nicht Moment wo denn hier direkt am baum zack der falle ist auch nix der falle ist auch nix typisch wo also mich hier schnell ein feuer machen nee oder doch ne nee wo ist jetzt meine scheiß leiche da ist eine leiche so kannst du dir nur mal kurz zu der falle legen dann kann ich es auch andere Ja, mach ich das. Das mach mal so. Welche Falle denn? Diese Galgenfalle ist einmal. So. Die Karnickel halt. Überall laufen diese Karnickel rum, aber du fängst einfach keins. Es ist zum Piepen. Es ist wirklich zum Piepen. So, ich find die andere Leiche nicht mehr. Okay, erwischt. Ah ne, ich steh direkt daneben. Ich steb. Hey, wo hast du die hingelegt? Bei der Falle. Hä? Ich seh's nicht. Welche Falle? Hä? Direkt dort, wo ich die hingelegt hab. Okay. Ist die grad despawned? Ja, die ist anscheinend, die spawned. Okay. Interessant. So, unsere Höhle. Die zwei Fallen haben natürlich nicht ausgelöst. Ja, jetzt ist die voll reingelaufen. Ha, ha, ha. Hast du das, oder? Ne, den Lizard leider. Wie krieg ich jetzt den Lizard? Das ist ja voll der Fuck, Alter. Wenn ich draufhau, mach ich die Falle kaputt. Aber so nehmen kann ich den Lizard auch nicht. Und wenn ich die Falle öffne, läuft der Lizard weg. Was ist denn das für eine Scheiße? Geh mal aus, rum vielleicht. Ich hab jetzt einfach draufgehauen. Ich hab einfach draufgehauen. So. Hast du den jetzt gekillt, oder? Jaja, da killst du mit Einschlag, killst du den. Da ist es halt leicht beschädigt. Muss halt wieder aufrichten. Ich guck mal schnell die anderen zwei Fallen. Und noch ein Fluss eine. Die ist auch ausgelöst. Und es ist natürlich... Alter, wie können die die ganze Zeit auslösen, wenn nichts drin ist? Versteh ich mir überhaupt nicht. Die ist auch ausgelöst und... Es ist eine Hase drin. Ja. Nehm ihn und... Pack ihn ins Ding da rein. Ich bin schon unterwegs. Das wäre jetzt bitte, wenn die jetzt kommen würden und ich eine Waffe auswählen müsste. Du würdest einfach weiterlaufen. Ach, würde ich? Wenn ich keine Ausdauer habe? Ja. Du opfers dich für den Hasen. Jetzt laufe ich in deine Falle rein, oder? Ja. Kannst du den da rein tun? Hab ich schon. Ich hoffe, dass der nicht wieder verschwindet wie mal... Weißt du das noch? War das bei uns? Ne. Ich glaube, dann habe ich offline mal zwei Hasen drin gehabt. Und dann am nächsten Tag war nur noch ein Hase drin. War nicht schlecht. Dann hast du dich gegenseitig aufgefressen. Ich weiß das nicht. Bitte. Hart euch jetzt. Wir gehen auch weg. Lassen wir euch in Ruhe. Die zwei Fallen haben wieder Ned ausgelöst. Da gehen wir wieder runter ins Wasser. Die hat auch nicht ausgelöst. Und die da hat auch nicht ausgelöst. Gut, ich schau einfach mal... Ich geh mal ganz kurz auf Turtle Jagd. Ja, mach das mal. Ich geh mal in Dresses halbe einfach zu unseren alten... Zwei... Fallen. Einfach nur, um zu gucken, ob die ausgelöst haben. Wo waren die denn? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die waren. Äh... What the... Ist das ein normaler? Da kommen wir so groß von... Ach du Scheiße. Was? Das? Das ist ein neuer Gegner, glaube ich. Von den Eingeborenen. Der ist groß und... Der hat auch eine Knochenrüstung, glaube ich. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich ein anderer Spieler, der uns entscheidend ist. Hey, liegt noch ein Baumstamm. Ey, der ist gerade durch die Bombe durchgelaufen und nichts passiert. Echt? Ich hab einen Baumstamm gefunden. Haha, der ist voll schlecht. Okay, ich nehm alles zurück, der ist nicht stark. Also eine Falle von uns hat nicht ausgelöst, die alte ne, übrigens ne, die schon seit fünf Jahren ausgelöst wurde und nie. Und die andere, die wurde ausgelöst aber war nix drin. Ja, ich hab einen Baumstamm gefunden. Und ich hab einen Baumstamm gefunden. Brauchst du noch einen? Ich hab einen Baumstamm gefunden. Also die Bombe ist noch heile oder wie? Ja, er ist durchgelaufen oder war zumindest in der Nähe, aber nichts passiert. Ja, vielleicht ist ganz gut für uns so einen Schwachen. Ja. Weil es ist echt schade, weil die sind halt... Die sind halt extrem schwer herzustellen eigentlich. Der hat ne Ohr... Der hat ne Ohr... Der hat ne Ohrkette um seinen Fuß, nein. Weil du brauchst halt Uhren, ne? Aber... Uhren hab ich nur eine gehabt. Leider. Was? Uhr? Ne Uhr, ja. Ne Uhr? Wo findet man ne Uhr? In Koffern oder in Höhlen oder so an Leichen, weißt du sowas, mein ich. Hab ich schon mal ne Uhr gefunden? Weiß ich nicht. Muss beim Geld sein ungefähr in der Nähe. Coins? Cash? Ne, ich glaub ich hab nix. Nicht? Geht das die Höhle? Ah, verdammt. Drei Knochen bräuchte ich noch, dann hab ich glaub ich auch full Knochenarmor. Ja. Ja. Das sind ja Shooter 2. Was ist das denn? Was ist denn heute los? Heute kriegen wir so viel Besuch. Ach doch nur so'n blöd... Turtle, Turtle, Turtle. Turtle, wo bist du? Dann... Dann pflanze ich hier noch eine Falle hin. Da waren doch mal voll viele Turtles. Wo sind die denn jetzt hin? Ach, die kommen schon wieder. Ja. Ja, dann halt keine Turtles. Jetzt wo man Turtles braucht, dann kommen sie nicht. Das ist wieder klar. Das ist standardmäßig. Immer das, was man braucht, ist da. Und was man nicht braucht... Ah, die sind giftig. Und ich jetzt krieg zwei davon. Ich depp. Glaub nicht, dass die... Giftig sind, sondern einfach ungenießbar. Aber wir bekommen ja keinen Schaden. Echt nicht. Ich... Weiß das, ehrlich gesagt. Ich hab' ich nicht drauf geachtet jetzt, he? Also, bei mir schreien die dauerhaft. Ich weiß nicht. Hörst du das nicht? Ganze Zeit schreit so eine Kuh. Ja, ich bin ziemlich weit weg von dir, ich glaub. Ja, das stimmt auch wieder. Ich hab grad jemand... Okay. Jetzt hör' ich wieder was. Ganz laut. Oh Gott. Hm? Der greift unser Tor an. Oh! Ein kleiner. Zwei. Kleine. Gut, eine ist weg. Komm. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm runter. Komm. Komm zu Papa. Ja, sehr gut. Greif mich an. Sehr gut. Jetzt lauf' in die Falle rein. Lauf' direkt auf mich zu. Komm schon. Ja, ja. Loll der... Läufst du echt außen rum, du scheiße Viech? Kräfte noch die Mauern. Da waren die ganze Zeit Hasen. Und jetzt lösen die Fallen auch nicht aus. Das kann's einfach nicht sein. Gut. Zwei Sorgen weniger. Kann man hier das dann irgendwie berühren? Hm. Ja. Mich würde es interessieren, ob man die auch ausraten könnte. Oh, das sind wieder zwei. Ne, ich bezweifle es. Ja. Ja. Na, stell' mal vor. Wir bauen so wie wir jetzt. Ne? So ne Mauer. Ne? Stell' mal vor. Ist das wirklich ein... Jemanden stinklangweilig. Der baut einfach noch ne Mauer drum. Ne? Ja. Und dann hat er sein Reiche vergrößert. Ja. Und dann baut er noch... Dann baut er noch ne Mauer drum. Und immer so weiter, bis er irgendwann die ganze Insel eingerahmt hat. Das wird aber jetzt, glaub' ich, ziemlich lange dauern. Oder die Bäume gehen aus. Ich glaub' eher, dass das erste nicht funktioniert. Weil wenn du... Sieh's mal jetzt schon mal. Wie weit wir weg sind, äh, von... Von dem Wald. Irgendwann müsst ihr an andere Ende der Welt rennen. Um ein Ding zu holen. Ja. Äh, ich hör' wen. Ach da. Es ist aber nur einer. Sehr schön. Wie schaut's eigentlich urtechnisch aus? Ich hab's viel dafür vergessen. Ah ja, scheiße. Wir sind schon in zwei Minuten drüber. Kommst du in die Basis? Äh, geht grad schlecht. Lass mich die Falle fertig bauen. Und die... Oder mich erst mal verteidigen. Speichern zur Zwischenzeit mal. Ja, mach das mal. Während ich kämpfe. Hast du noch eine? Ne. Doch. Ne. Doch. Ich bin ihm gar nicht sicher. Doch, da ist ja wohl und rein. Ich hör' noch eine. Ach, da oben ist die. Die Schnalle. Ich mag jetzt diese Falle noch fertig machen, weil sonst... Hau drauf. Immer wenn ich diese Falle baue, läuft direkt, während ich baue, ein Hase bei mir vorbei. In mein Bauwerk. Aber wenn's gebaut ist, läuft da kein... 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 Hase rein. Ach. Es kann's nicht sein. Es werden die intelligent, die Hasen. Und das schätzt die Hasen nicht. Ich glaub' wir müssen die Folge fast beenden, während wir hier noch äh... auseinander sind. Leider. Wir sind schon voll drüber jetzt. Das gibt's nicht. Jetzt sind wir schon fünf Minuten drüber. Wie weit bist denn du weg? Ach, ein Stick. Ach, halt die Fresse, du Scheißding. Echt. So, jetzt pass auf. Da baue ich die noch schnell. Sind das da. Gut, dann bewege ich mich schnell nach Hause und dann können wir die beenden, ok? Ja. Da 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 da' da 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 da.... Da 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 da... Baifele ich noch mal. Da 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 da... Weil ich mag auch nochmal speichern, das ist mir jetzt so ein gefallen. Weil, ja, kleine Pause machen wollen jetzte. Mal von unserer Session. Da 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 da. Da 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 da. Alter, du warst echt fleißig, hier mit deinem Fallen. Leck mich am Arsch. Ja, ich bin noch nicht fertig, ich will jetzt da auch mal die Spikes noch bauen Ja, das ist eine gute Idee So, und ähm, danke fürs Zuschauen und Jo, danke, ciao Ciao